Geh rücker. Lass mich ein paar mal verbellen. Jawoll, gut jetzt. Feiner, Jensi. Geh mal ein Hüpferli, traut er sich doch nicht. Das macht doch nix. Das macht er auch nicht. Macht er auch nicht, ne? Dann machen wir aus der Leine nochmal. Jensi läuft kurz ein bisschen rückwärts. Müssen wir ja nun nicht alles da... So, bitte. Halt, bleib stehen. Denkst du mir los. Warm. Einmal noch. Besser wird es nicht, ne? Mehr haben wir noch nicht drauf. Halt, bleib stehen. Steh gut. Voran. Gut. Mehr konnte es nicht erwarten. Ne?